Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem Kanal Feinflug LP. Um was geht es heute? Ihr seht vielleicht oben in der Videobeschreibung Informationen, Facebook, irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie ich den Namen nenne, aber so wird es wohl ungefähr heißen. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich jetzt mittlerweile mehrere soziale Netzwerke angemeldet, unter anderem Facebook, Twitter, Google Plus bin ich auch und Formspring. Formspring ist eine Plattform, wo man Fragen beantworten kann, könnt ihr gerne alles machen. Es geht aber heute spezifisch um Facebook. Und zwar Facebook hat einen riesen Vorteil. Man kann alle möglichen Videos, die man gemacht hat, posten und die Leute können das sehen. Wenn das einer abonniert hat oder gefällt mir, ich weiß gar nicht genau, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber man kann auf jeden Fall auf der Seite alles sehen. Also das heißt, man kann alle Videos sehen, was ich gemacht habe oder etc. pp. Und zwar ist jetzt meine Sache, wenn ihr immer wissen wollt, was ich aktuell mache, heißt ich habe irgendein Projekt geplant, möchte es gerne dann und dann starten, werde ich das auch auf die Facebook-Seite setzen. Wenn euch das interessiert und ihr gerne immer auf dem Laufenden sein wollt, dann tut mir den Gefallen, Facebook gefällt mir. Und guckt immer mal rein. Also es wird auf jeden Fall immer irgendwas kommen, was ich mache. Es werden jeden Tag Videos, die ich hochgeladen habe, freigegeben habe, wie auch immer, werden da auch mit freigestellt. Das heißt, man kann sehen, welche Videos ich im Moment geüploadet freigegeben habe. Heute haben wir auch wieder zwei Videos am Minecraft Texturenpack und Mapfail und Dead Space Parabolantenne. Hier ist auch ganz groß, wenn natürlich ein großer Event ist oder irgendwas Spezielles ist, wird das natürlich groß gemacht, wie zum Beispiel das Weihnachtsspezial. Auch gleich in Formation. Guckt mal in meinem Video Weihnachtsspezial Gewinnspiel. Guckt da einfach mal rein. Bis zum 22.12. habt ihr noch Zeit. Und schaut doch mal, was ich da schon jetzt gemacht habe. Ansonsten, wenn ich irgendwas habe, wie gesagt, irgendwas, wenn ich einen Livestream starten will, das und dann starten möchte, kommt das auf die Facebook-Seite. Das ist einfacher für mich. Ich könnte es zwar ein Video erstellen, werde ich wahrscheinlich so oder so tun, aber es ist einfacher. Ich kann auf Facebook dann stellen, dass ich dann einen Livestream starten möchte. Das kommt auf jeden Fall noch. Wann, weiß ich noch nicht. Das muss ich mal überlegen. Irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommt das alle auf die Facebook-Seite. Ihr könnt das da alles nachschauen. Also es tut mir einfach den Gefallen. Macht ein Gefällt mir von der Facebook-Seite. Ihr müsst da, glaube ich, auch angemeldet sein, weil Gefällt mir geht sonst nicht. Ich glaube, fast jeder hat eigentlich Facebook. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch gerne auf Twitter gehen. Moment, ich zeige euch das. Das ist hier nur ein bisschen schlecht, weil ich habe den Google Chrome gerade offen. So, gehen wir mal auf die Seite Formspring. Will ich nochmal ganz kurz so ein bisschen den Überblick bringen. Das ist ja auch Formspring. Ist wieder Formspring.me. Feindflug.lp. War ja klar. Twitter. Google Plus zeige ich euch jetzt nicht. Das war ja auch klar. Wenn ihr dann natürlich gerne wissen wollt, was ich auch gerne jeden Tag mache. Oder ihr werdet auch die ganzen Kommentare gepostet, die ich bringe. Das könnt ihr auch gerne folgen. Das könnt ihr, glaube ich, auch nur mit dem Account, falls ich mich nicht ganz ahre. Ansonsten, wie gesagt, Facebook, wenn ihr irgendwas wissen wollt von mir, könnt ihr gerne oder wenn ihr wissen wollt, was für Anstaltungen es laufen mit ZWP, dann geht immer auf die Facebook-Seite. Guckt immer. Es wird immer irgendwas Interessantes dabei sein. Oder ich poste irgendwas Neues, was bei YouTube halt nicht so einfach posten kann, wo ich ein Video machen müsste. Also Leute, habt ihr Interesse, immer auf dem Laufende sein, immer zu sehen, was für Videos hochladet, ZWP. Könnt ihr euch auch natürlich auf YouTube abonnieren. Aber wenn es um Veranstaltungen geht, wenn ich irgendwann die Livestreamer so starten will, kommt es auf Facebook. Also, habt ihr Interesse, wollt ihr auf dem Laufende sein? Geht auf Facebook, gefällt mir und schaut immer mal rein. Jo, das war's doch von mir schon soweit. Mehr wollte ich gar nicht erzählen. Wir hören uns bei meinen Let's Plays, bei zum Beispiel Minecraft oder Dead Space. Jetzt bis außen bald fertig, glaube ich. Jo, dann würde ich sagen, wir hören uns. Bis dann, euer Final Fantasy. Bye, bye.